Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Es ist Mittwoch und halb sechs in der Früh bei den Sims. Und ja, mal sehen wie der Tag so verläuft, denn genau, die Kinder sind ja auch noch daheim. Was habe ich denn da aufgegeben? Genau, der sollte da ein bisschen... Genau, das hier ist jetzt ein schönerer Anblick, denn Kevin und Lukas sind beide beschäftigt. Sie arbeiten daran, dass sie mehr Spaß haben. Obwohl Kevin ja eigentlich eher sporteln sollte, weil er mehr der Sportlertyp ist. Lukas hingegen arbeitet bei seinem Auto. Na ja, schaut ganz gut aus, gell? Bin mal gespannt, wie das Auto dann im Nachhinein wird. So, jetzt schauen wir mal hier. Sie ist fertig. Genau, du hast gar keinen Schrank, gar. Weil ja ein Zimmer nämlich auch leicht kleiner ist. Das ist ein bisschen doof. So, du arbeitest jetzt auch an deinem Spaß. Solltest dann aber auch gleich mal essen. Wie schaut es denn... Achso, da haben wir ein Katzenhaar unter der Maus. Das ist ein bisschen blöd. Wie schaut es da aus? Hygiene. Okay, du hörst damit jetzt erst mal auf. Gehst dann schnell duschen und nimmst dir auch Reste raus. Was ist mit dir? Du bist vollkommen zufrieden. Äh, ja. Du musst erst mal die Schüssel rausnehmen. Wie geht's denn älter? Die haben Spaß, die beschäftigen sich miteinander. Das ist schön. Das ist voll schön zu beobachten, gell? Ja, hier geht's voll gut. Ich schau mal aus hier, zwigs Roma werden. Schaut noch recht gut aus. Guck dir, Bella. Wir sollten halt mal schauen, dass hier Nina bald mal ein Kerl hier zu Gesicht bekommt. In dem sie dann vielleicht auch was anfangen kann. Ja, Mädel, ich weiß, das ist ein bisschen... So, wenn mal du... Wobei, duschen kannst du eigentlich auch lassen, gell? Nein, kannst du eigentlich nicht lassen. Wisch, du wirst jetzt trotzdem erst mal essen, weil das ist dann doch ein bisschen wichtiger. Und, ja. Du spielst hier weiterhin. Beschneiden, das lassen wir hier erst mal das Ding übrig. Gut, dann hörst du damit auf. Dann wirst du noch ein paar Körbe werfen, bevor die Schule anfängt. Gut und fertig, gell? Schau, ihr zwei seid immer noch Feuer und Flamme füreinander. Fernsehen. Also, alles gut und schön, aber das hier sieht mir nicht nach Fernsehen aus. Hey, Katze, bleib da. Okay, meine Katze ist gerade wieder gegangen. Oh, ich hab vergessen, meinen Tee herzurichten. Okay, er mischt. Der muss dann noch ein bisschen warten. Äh, er sollte nicht da... Bus? Genau. Äh, ja, und wieso kann Kevin jetzt schon wieder nicht in die Schule gehen? Ah, Kevin ist verpackt. Du solltest arbeiten. So, dann haben wir hier... Was solltest du denn jetzt machen? Hand tragen, Hygiene. Das lassen wir erst mal. Beschneiden. Du wirst jetzt hier einfach mal ein bisschen Gartenarbeit machen, oder? Okay, anscheinend können wir mit Kevin jetzt schon wirklich das Studium beginnen. In sechs Tagen. In zwölf Tagen. Das finde ich ja auch ein bisschen seltsam. So kann er nicht mehr in die Schule gehen, das verstehe ich nicht. So, warte mal, du wirst jetzt dann erst mal College-Aus-College-Stipendiums-Annahmen prüfen. Genau, das wirst du jetzt tun. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Und ich müsste auch mal nachgucken, wie ich hier Sims resetten kann. Mhm, mhm. So, Kevin hat momentan kein Stipendium. Ja, das könnte ein bisschen teuer werden für deine Eltern, hm? Ja, gut. Dann werden wir hier mal für Stipendium bewerben. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob man dann gleich zum Stipendium, aber Kevin zur Zeitqualifizierst du dich nicht für zusätzliche Stipendien nachfolgen, sind ein paar Beispiele für Stipendien mit den dazugehörigen Voraussetzungen aufgeführt. Athletenstipendium. Viele Körperpunkte. 750 Simoleons. Okay, das Stipendium der Stadt SimCity. Mit Notendurchschnitt von 1, Minus oder besser. Extra resistrische Wiedergutmachung. Entführung durch Außerirdische. Okay, 1500 Simoleons. Stipendium für Verweis der Sims. 1500 Eltern sind verstorben. Außerdem gibt es noch eine ganze Menge anderer Stipendien zum Entdecken. Äh, ja, und was verstehen die unter jede Menge Körperpunkte? Müssen wir wenigstens das vielleicht irgendwie bekommen. Wollen wir hier noch ein paar Körperwerfen, hätte ich gesagt. Komm. Wenn das schon nicht geht. Ah, der ist kaputt. Sein eigener Rechner ist ja kaputt. So, was haben wir da? Die Post kommt. Oder die Post holt ab? Die Post holt ab. Okay, das geht nicht. Wer bist du denn? Beate Waltraud. Okay. Gut. Also ich verstehe noch immer nicht, warum du nicht in die Schuhe gehst. Genau, Sims Resetten. Das wollte ich ja jetzt eigentlich gucken. Denn, Sim steckt fest in Aktion. Reset Sim und Object Cheat. Ich glaube, den brauche ich nämlich, weil ich würde nämlich gerne auch seinen Notendurchschnitt ein bisschen verbessern. Und, äh, ja. Kevin hat einen Körperpunkt bekommen. Aha, Forest Error Selection. Aha. So, Telefon. Oh, du wirst aber ganz heilig dahin, hä? Wer ist da? Hallo, du hast dich entschieden, unsere neue Zeitriff zu testen. Möchtest du das Sportmagazin bestellen? Okay. Mami, du warst ein bisschen zu spät. So, Reste weglegen. Reste weglegen. Reste weglegen. Reste weglegen. Dann wirst du anrufen. Service. Und dann, liebe Ophelia, gehst du aufs Klo und duschen. Und dann vielleicht ein kleines Dickerchen machen. So, du wirst hier... Aha, Drang, aufs Klo, Energie. Das ist ja, das ist alles sehr, 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 sehr seltsam. Gut, ich sollte mich dann auch irgendwann mal so demnächst mal dran machen und das Haus umbauen. Das wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Hm. So, Gartenverein. Du hast auch unseren Handwerker-Generationszentrum, Gartenverein. Habe ich den abbestellt oder bestelle ich den jetzt gerade? Du hast den Gartenverein erreicht. Wenn du möchtest, schicken wir noch heute einen Vertretergarten bei dir vorbei. Nein. Eigentlich will ich das ja gar nicht. Mechanikpunkt belohnt, okay. Magazin abbestellen, Musik und Tanzen, Sport, okay. Hm, anrufen. Servicetransport, Taxi, Lieferant, Notdienst, zum Sim. Habe ich mich da verlesen oder was? Oder muss ich jetzt warten, bis der Gärtner da ist und dass ich ihn in einem Feuer... Oh, Nina. Im Kunstunterricht soll Nina einen Elefanten zeichnen, das jedoch nicht besonders gut Tiere zeichnen kann, überlegt sie stattdessen etwas Abstraktes zu zeichnen, das an einen Elefanten erinnert. Soll Nina einen realistischen Elefanten oder lieber etwas Abstraktes zeichnen? Wir nehmen das Abstraktes. Nina ist sich im Klaren darüber, dass sie keinen realistischen Elefanten hinbekommt und zeichnet stattdessen einen Abstrakten. Der Lehrer ist sehr beeindruckt und Ninas Begeisterung für Kunst und Handarbeit wächst. Das ist super. Das ist echt super. So, Ophelia geht schon wieder relativ schlecht, was mir persönlich eigentlich gar nicht gefällt. Dann sollten wir zumindest hier mit unserem Sohnemann, der momentan eh die Schule spendst, reden über Hobby, Kunst und Handarbeit. So. Du lässt das jetzt aber bitte, gehst jetzt erstmal aufs Klo. Genau, deine Mutter ist eh erstmal duschen. Nach Schatzgraben, Insekten aufspüren, Schmetterlinge fangen. Okay, und die Geschwister kommen schon wieder, also die Zwillinge kommen schon wieder zurück. So, nochmal langsam. Adoptionsdienst brauchen wir nicht. Barkeeper, Butler, Gehorsamkeitstrainer, Handwerker, Heiratsvermittlung, Kammerjährung, Gehäger, Kindermädchen, Tieradoptionszentrum. Die kann ich wirklich nur so feuern. Gleich wie die Haushaltshilfe, die kann ich auch nur so feuern. Nina hat einen Schulfreund mitgebracht. Super, Nina! So, warte mal, du wirst dich jetzt mal kurz hinlegen. Warte mal, ah, Hilfe. Nein, warte mal. Du sollst zuerst noch hier reden, reden über Hobby, Kunst und Ding, Handwerk. So, du, lieber Freund, wirst jetzt hinauf gehen. Und, äh, erstmal aufs Klo gehen und duschen. Dann legst du dich kurz schlafen. Du wirst es jetzt auch lassen. Oh, na. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Mai. Ophelia geht's ganz, ganz schlecht. Das ist immer blöd. Hier, Kunst und Handarbeit. Genau. Da haben wir das wenigstens erreicht. Nina wird ein Überflieger. Bisschen vertraut. Umarmen, freundschaftlich. Jo, genau. So, dann kannst du jetzt ein bisschen schlafen gehen, denn du hast dich gerade mit deiner Tochter ein bisschen unterhalten. Die wird jetzt Klo gehen, benutzen und hier mit Elisabeth, mit Elisabeth Schreiber mitmachen. So, du schläfst schon etwas. Der Vater kommt erst heim. Okay. Das ist alles gar nicht so verwandt. Der Vater wird krank, aus ihrer Angst. Mann, ich würde die gerne ein bisschen weiter nach oben bringen. Ha. Na, das ist ja was. Will ich Elisabeth mitmachen? Bereiten. Warte mal, du wirst es erstmal hier verkaufen. Ah, das ist ein Teller, gell? Töpfern. Was willst du eigentlich? Oh, genau. Genau, 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 genau. Der Ding kommt da, da. Ah, der, äh, wie heißt er? Von der Privatschule der Direktor kommt. So, das tun wir um da hin. Das ist jetzt auch immer da unten hin. Links. Blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Gut, so. So, eins fertigen, viele fertigen. Johnny ist sehr kontakt, weil er hat heute einen Arbeitskollegen mitgebracht. Sehr gut. Johnny wurde befördert, so, Parlament, äh, auf keiner Teller, so. Äh, die Wähler haben dich mit der Vertretung ihrer Hauptstadt beauftragt. Ein Glück, dass du in SimCity wohnst. So hast du es nicht weit bis nach Hause. Du musst kreativ sein, um die Interessen der Stadt zu vertreten und voranzutreiben. Johnny muss ab sofort von 9 bis 16 Uhr arbeiten. Johnny hat heute 756 Simoleons verdient und erhält einen Bonus von 1512. Das ist echt nicht schlecht. Ähm, wir müssen jetzt für unseren weiteren Fortschritt in der Karriere zwei Freunde hier beschaffen, die Kreativität, Logik und Charisma um zwei Punkte erhöhen, okay. Ja, dann, gehst du jetzt erstmal aufs Klo und wirst hier mit Matthias mitmachen und dich mit ihm ein bisschen mehr unterhalten, hätte ich gesagt. Ich hoffe, das geht sich dann wieder aus. Genau, du kannst jetzt aufstehen, du kannst jetzt auch aufstehen, kannst schon mal hier Abendessen servieren, Chili con carne, das werden wir machen. Perfekter Teller wurde von Nina gefertigt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann können wir dann gleich mal verkaufen hier. Spaß. Ähm. Okay. Okay, du brauchst hier, denn um 17 Uhr kommt jetzt dann der Direktor, der hoffentlich nicht wieder hier dann verbuggt. Ich glaube, ich sollte da gleich was hinstellen, dass die jetzt gar nicht da hinkommen, die Leute, hm? Super, der hat jetzt ja wieder aufgehört. Hier, unterhalten. Äh, Witz erzählen. Spielen, reden, plaudern, äh, küssen nicht, überhaupt hier reden, Wissenschaft, muss der normalerweise auch können, flirten, unterhalten, abschützen, äh, spielen, reden, mehr gestikulieren und plaudern. Vorstein. Äh, warte, 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 nein, nicht so wie, ich so wie, ich so wie, nicht so wie, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ähm, hier am Reste mitlegen. So, umarmen, freundschaftlich, reden, quatschen, reden, Interessen, reden, plaudern, so, das sollte jetzt erstmal ein bisschen reichen. Direktor Matthias ist zum Abendessen eingetroffen. Bist du schon wach? Woff, woff. Ah, es ist für Redeprüfen. Okay, warte mal. Oh, nein, er steht schon wieder da. Scheiße. Begrüßen. Okay. Kind, begrüß den Direktor. Was ist mit dir? Wieso? Warte mal. Spielen, Kitzeln, Footback, hier, Steinschere, Papier. So, geht das? Das ist jetzt wirklich interessant. Hier, hoch, runter, hoch, runter. Wie wird das hier jetzt ablaufen? Hier, und, oh, wir können uns schon mal begrüßen, das ist sehr gut. Ah, okay, wobei begrüßen konnten wir uns hier über Reden zuflirten, reden, plaudern, plaudern, über Schuhe unterhalten, Grundflirme. Okay, das brauchen wir jetzt erst mal. Oh, mit dem können wir wenigstens, genau, Zimmer zeigen. Das ist gut. So, was ist mit mir? So, was ist mit mir? Oh, was ist mit mir? War das jetzt sanatiert oder was? Okay, warte mal die... Uh, das ist blöd. Klautern. Reden, wir reden. Spieler. Unterhalten, bis zu zählen. Okay, so. Wir plaudern noch ein bisschen, essen für eine Konnexation. So. Ein kleiner Umgang wäre nett, dann kann ich mir ein Bild davon machen, ob deine Familie zu unserer Einrichtung passt. Hoffentlich. So. Was ist da jetzt? Zimmer zeigen. Ach so. Du hast es mir doch schon gezeigt. Ach wirklich? Geht der jetzt mit? Der geht mit. Konversation, 8 Punkte. Oh man. Wieso kommt der so spät? Das ist scheiße. Wieso kommt der nicht rein? Bitte, 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 bitte komm rein. Oh, wo bist du? Okay, du kommst eh hoch. So, das muss ich jetzt noch ein bisschen weiterführen. Gefängnissen. So, so. Zimmer zeigen. Hähehehe. Re-planer. Okay. Nicht schlecht. Zimmer zeigen. Und das ist ja eigentlich, okay, 35 Punkte. Das ist ja schon mal nicht so schlecht hier. Meister, was kochst du denn? Ich bin so wuscht. So, Zimmer zeigen. Danke für die kleinen Führung, es hat mir sehr gefallen, dein Haus zu besichtigen. Okay, dann müssen wir jetzt noch, warte mal, unterhalten, zum Essen rufen. Mama, riech das Essen her. Nein, Mama, du sollst... Nein, du sollst... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aaaaaah! Das Abendessen ist zu nehmen. Aaaaaah! Was stand da grad? Scheiße. Nein, ich bin grad voll über der Zeit. Oder halten, reden, plaudern. Plaudern über Schule, trauen über Arbeit. So, was wird das hier? So, was machst du jetzt? Reste weglegen, servieren. Achso, er serviert, okay. Ah, warte mal, Teller nehmen. Wie ist das? Oh, i was, i was? Lass dir kommen. I, 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 i. Nein, also die Folge wird jetzt ein bisschen länger werden, weil ich möchte nämlich gern herausfinden, wie es funktioniert ist. Ah, das warte mal hier aufräumen, abspülen. Der Magen ist so, Matthias sollte schnell das Abendessen wird werden. Ja, hab ich doch eh schon nix gemacht. Hier, warte mal plaudern, über Geld, schmule Arbeit, warte mal, gehen da jetzt hin. Dann gehen wir jetzt auch mal hier runter. Du sitzt, du dich hier hin und du setzt dich da hin, dann haben wir hier schon mal eine Krabbe zum Schuss. Das ist echt anstrengend. Was ist mit dir? Gehen wir runter. Ja, was ist mit dir, du bist mit dir? Ja, das ist mit dir der Krabbe zum genannten Essen. Das für ein Scheiß. Ich mein, die machen immer noch Konversationen und vor allem das Essen hat. Ich meine, das ist wenigstens nicht angefrankt, aber... Oh mein Gott, was will ich denn noch zu dem Essen sagen? Wahrscheinlich fast nix und wir werden über das Sicherung schaffen. Oh, Essen 96 vor 90! Oh, der Direktor ist begeistert von seiner Familie. Lukas, Nina und Kevin werden an der Privatschule angenommen. Aber ich wollte doch nur Lukas an die Privatschule annehmen. 1 plus, 2 plus, 1 plus... Okay, na gut, aber was brennt denn da jetzt schon wieder? Der Baum brennt, wenn wenigstens regnet. So. Ähm, Harndrang, warte mal. Harndrang benutzen. Dann wirst du hier entspannen. Du gehst jetzt auch hier hoch. Harndrang benutzen. Und dann gehst du hier schlafen. Wer schläft da? Du stehst grad wieder auf. Du bist da aufstehen. Du bist da aufstehen. Duschen und baden und... Oh Gott. Was hab ich da jetzt? Baden? Duschen. Was? Das heißt... Äh, Harndrang. Schlafen in Schlafanzug. Schlafen in Schlafanzug. So, du wirst dann... Hier benutzen. Hier benutzen. Wieso benutzen das nicht? Und dann erst schlafen. Was ist mit dir? Du spielst da rum. Okay. Und dann hast du jetzt die Aufgabe, hier alle Gäste verabschieden von allen. Genau. Und du räumst das hier jetzt gleich mal weg. Reste weglegen. Boah, ist das aufregend. Also das ist echt... Hier benutzen. Duschen. Schlafen. Vater... Was? Zu spät ist schon? Ich muss nach Hause. Ja, gut. Okay. Hier ruht einfach das Geländer runter. Oh, ne, ist schlecht. Nein. Noch nicht schlafen. Du sollst dich zuerst hier noch säubern und dann schlafen. So, Lukas. Du kannst jetzt hier hochgehen und erstmal benutzen und dann schlafen. Gut. Und dann verabschiede ich mich damit. Die Folge ist eh länger geworden als eigentlich geplant. Und, ähm, ja. Freue mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ja. So. Und schauen wir mal, ob Kevin dann endlich mal auf die Schule geht. Oder zur Schule geht. Da er jetzt auf eine Privatschule geht. Na gut. Bis dann. Bye-bye. Bye-bye. Vielen Dank.